Ich glaube, es ist jetzt sogar mein erstes Spiel gegen England. Deswegen glaube ich, England schreckt, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, dass ich das dann am Dienstag und offensiv haben. Sie haben so viel individuelle Qualität. Deswegen darf man da auf jeden Fall mit Respekt rangehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir auch eine sehr, sehr große Nation. Wir sind genauso gespickt mit sehr guten Spielern. Deswegen glaube ich, wird es ein Duell auf Augenhöhe. Deswegen wird man sehen, wer sich dann am Ende durchsetzt. Ich glaube, wir sind alle sehr heiß auf das Spiel. Alle sind fokussiert, freuen sich auf das Spiel.